Ja, Hallöchen allerseits und wie ihr seht, ihr seht mich und das bedeutet entweder habe ich mir wieder irgendetwas gebrochen oder es ist wieder Zeit für die Luches und gerade eben frisch aus der Dusche gekommen ist auf einmal der Osterhase in Vertretung durch den Postboten da gewesen und hat mir dieses wunderschöne blau-weiße Osterei in rechteckiger Form gegeben. Und ja, das schauen wir uns doch gleich mal an. Da bin ich doof, ich habe diesmal nicht vorgeschnibbelt, jetzt muss ich nochmal das Ganze hier erstmal aufdröseln. Naja, wir haben ja Zeit, ne? Ja, da haben wir es. Und als erstes haben wir, hups, das Loot-Book. Ja, das Loot-Book, in das wir später natürlich wieder reinschauen werden, wie wir es halt immer kennen. Und jetzt geht es mal ans Entpacken und es gibt dieses Mal drei wunderschöne Eier, die in die zahlreichen Loot-Chests reingepackt wurden. Wenn man eins zu eins hat, dann gibt es noch ein extra Loot. Ich hoffe, dass ich es drin habe, aber ich glaube nicht wirklich daran, weil Loot-Chest hat auch schon sehr viele Kunden. Huch, da ist mir gerade was runtergefallen. Erstmal aber ein T-Shirt. Tada! Ja, wow, wow. Oh, das sieht mir aus nach Marvel. So, jetzt sollte ich es mir aber auch selbst mal angucken. Ah, ne, nicht Marvel, sondern Slave steht da drauf. Und ich weiß gerade gar nichts damit anzufangen. Jetzt muss ich im Loot-Book nachgucken, was das eigentlich ist. Gucke ich mir nachher nochmal an. Ich bin neugierig, was das ist mit dem Slave. Und vielleicht hätte ich es eigentlich kennen sollen. Dann ist es richtig pfui. Okay, aber erst mal weiter. Das, was mir gerade rausgepurzelt ist. Ein Zitrönchen hier irgendwie. Topfruits Candy Sherbet. Okay. Das muss irgendwas Saures sein, glaube ich. Bin ich mal gespannt. Mit Süßigkeiten kriegt man mich ja immer. Oh, dann auch mal was ganz anderes hier. Das hatten wir auch noch nicht so wirklich drin gehabt in den Loot-Chests, die ich hatte. Warcraft. Hier, der Film. Figürchen von Lothar und Garona. Das ist natürlich schön. Die werde ich jetzt aber noch nicht auspacken, weil da auch ein bisschen Kleinkram mit dabei ist. Das mache ich später einfach, um es mir dann hinzustellen. Aber selbst als Nicht-Warcraft-Spieler bin ich zumindest froh darüber, weil der Film, der war... Ich fand ihn jetzt etwas überbewertet. Ich fand ihn nicht schlecht, aber er war okay. Also, viele hatten da etwas sehr die Fanbrille auf. Okay, für World of Warcraft-Spieler war sicherlich hier der Film richtig geiler Fanservice, weil da halt viel vorkam, was im Spiel behandelt wird. Aber für mich jetzt als Neutralen war das so Mittelmaß. Aber trotzdem freue ich mich über diese Figuren, weil sie einfach mal völlig anderes ist, mal was von Warcraft zu haben. Gefällt mir. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wisst ihr schon, was demnächst für ein Film ins Kino kommt? Guardians of the Galaxy 2. Und ich habe eine Dose bekommen. Awesome Mix Volume 2. Wenn da jetzt auch noch der Soundtrack mit bei wäre, wäre er awesome, aber ich glaube mal nicht. Mal schauen. Nur aber eine Sinistar-Dingsbums-Karte. Aha, werde ich aber nicht die Rückseite, sonst könnt ihr euch den Strichcode abdingsen. Nee, 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 nee. Das werde ich mir mal so gönnen. Achso, das ist sogar eine Dose extra für die Karte gewesen, wie es scheint. Weil da ist auch so ein Innenfutter extra für die Karte. Zack, ist die wieder drin. Awesome Mix Volume 2. Ich bin schon auf den Soundtrack gespannt, weil Guardians of the Galaxy 1 hatte ja einen der geilsten Films-Soundtracks überhaupt. Also das war echt Wohlfühl-Soundtrack pur und deswegen bin ich schon sehr gespannt auf die Fortsetzung und seinen Soundtrack auf jeden Fall. Oh Gott, es gibt noch ein T-Shirt. Man glaubt es kaum. Das ist ja mal Hickehacke voll hier. Muss ich ja mal hier aufmachen, das Ganze. Zwei T-Shirts in einer Loot-Chest. Heide Witzka und mein Kleidungsschrank, der ist eh schon am bärsten vor T-Shirts. Oh, schwarz-rot sind die dominierenden Farben. Ich mag's. Oh, da weiß ich wieder nicht so ganz anzufangen, wovon das ist. Bist ihr vielleicht besser hier Street Judge 2099, Train Academy of Law. Oh, das kommt mir vom Helm bekannt vor hier. Muss ich mal gucken, ob ich das zuordnen kann. Wette, da fällt mir irgendwie wieder was ein, sobald ich's in der Loot-Chest lese, im Loot-Book lese. Ah ja, stimmt ja. Ansonsten mal wieder eine schöne Gratis-Leseprobe vom DC-Zeugs. Gefällt mir, so was mach ich ja immer ganz gerne, diese Gratis-Dinge. Ist ne schöne Clue-Lektüre auf jeden Fall. Oh, noch was, was ich mag. Und zwar Gryffindor müsste, ah ne, das ist nur ein Aufdruck. Ich dachte, das wär irgendwie so ein Notizblock oder so. Aber so ist auch in Ordnung. Gryffindor ist in Ordnung. Hufflepuff hätt ich auch noch genommen. Weil mittlerweile, ich bin richtig so, Hufflepuff, früher hab ich's belächelt. Mittlerweile find ich Hufflepuff gut, aber Gryffindor ist natürlich auch in Ordnung. Hätte ich Slytherin bekommen, oh, Loot-Chest, dann hättet ihr ein Problem gehabt. Nein, äh, Gryffindor mag ich, Hufflepuff auch, Ravenclaw ist auch in Ordnung, aber Slytherin, äh, Hass. Ja, und damit ist die Loot-Chest auch, äh. Nee, du machst jetzt keinen Angriff auf mich. Damit ist die Loot-Chest auch schon leer. Ja, und wir können uns mal ans Loot-Book machen. Ja, ha, ha. Hey, ho, Looter. So, ich lese das gerade. Nicht, dass ihr denkt, ich gucke jetzt irgendwo ins Nirgendwo und sage euch Dinge. Vorhang auf für die April-Loot-Chest. Wir feiern, ebenso wie du, die unvergesslich nostalgischen Momente und Charaktere von berühmten Helden zu berüchtigten Schurken und allem dazwischen. Wir wissen, wie es ist, äh, das heilige Gral-Sammlerstück zu ergattern und wir wollen dir das Gefühl geben, dass wir Freunde sind, die dir monatlich ein Care-Paket zukommen lassen. All die fantastischen Items sollen dich in die Welt unserer Lieblingsthemen eintauchen lassen. Also, los geht's. Let's loot! So, was haben wir denn hier? Der Gewinner des Monats im YouTube-Gewinnspiel ist der Kevin, YouTube-Bilzebub. Äh, nee, den kenne ich noch gar nicht. Oh, geil! Da hat eine Star-Wars-Lampe bekommen. Guck mal beim Kevin vorbei, der wird sich sicherlich freuen. Der hat sich sicherlich auch tierisch über die Star-Wars-Lampe gefreut. Und ich hätte mich ja mega gefreut. Das ist ja der Hammer. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht, Herr Specht. Diesen Monat kann ich auch wieder brauchbar mitmachen. Mein Internet funktioniert wieder und ich werde es nicht einen halben Monat später dadurch hochbringen. Und auf der zweiten Seite haben wir natürlich wieder einen Feed-Chat-Channel. Sollte ich mal so reinhalten? Ist besser. Ach, ich kann nicht mal deinen Text hier vorlesen. Tja, ich bin eben noch kein 10.000-Anhänger-Kanal. Vielleicht kann ich dann auch besser vorlesen. Äh, hier wird nichts geschnitten. Alles wird gezeigt, ob nun gut oder schlecht. Spaß haben wir immer. Ja, ich mache ja auch immer Uncuts. Von daher bin ganz bei dir. Oder bei euch. Äh, in über 4.000 Videos. Äh, ich habe bald erst die 1.000. Und legen wir unser Augenmerk auf Spieleperlen aus der Vergangenheit. Diablo 2, äh, Baphomets Fluch und so weiter und so fort. Präsentieren aber auch aktuelle Titel wie Resident Evil, Sieben, Tomb Raider und vieles mehr. Unser Hauptaugenmerk liegt jedoch auf den Schiffs- und Panzerschlachten. Ob nun World of Warships, World of Tanks, Warsunder oder Armored Warfare. Wir sind überall dabei. Auch im Livestream bei Twitch. Team Krado findet man überall. Werde auch du zum Kradoianer euer Team Krado. Also, hey. Werdet Team Krado. Boah. Gott. Mit der rechten Hand habe ich nicht so viel Stabilität noch. Deswegen hat es gerade eben ein bisschen gewackelt. Sorry. Okay, was haben wir denn da? Erstmal das T-Shirt. Äh, Judge Dread. Hey, Rookie Judge Looter. May your lawgiver always fire true. Du hast die Kadettenprüfung der Academy of Law bestanden. Mit dieser Uniform bist du ein offizieller Rookie-Richter. Ne, da kann ich noch gar nichts mit anfangen. Das ist mir neu. Und ich habe noch immer keine Ahnung, wovon das genau ist. Das muss ich, glaube ich, nochmal nachgoogeln. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare. Sammelfiguren von Warcraft. Ach, da gab es verschiedene Sachen. Wir haben quasi die Hauptcharaktere gezogen. Ich würde mal sagen, win-win. Aber wobei, da geht es auch welche mit Orcs an und für sich. Hm, auch nicht schlecht. Ja, dann haben wir das Harry Potter Forex Bild. Tada, tada, tada. Ui, Marktpreis 21,90 Euro. Äh. Und das vorherige war auch schon 15 Euro und 13 Euro. Also werttechnisch geile Luches, würde ich mal sagen. Guardians of the Galaxy, Filmdose und Gutschein. Mit dieser Dose bist du perfekt auf den neuen Film vorbereitet. Von außen Mixtape im bekannten Retro-Look. Und im Innern verbirgt sich eine vergünstigte Eintrittskarte, der dich den neuen Nerd-Leinwandkracher für nur 6,50 Euro sehen lässt in allen teilnehmenden Kinos der Sinister-Gruppe. Ich hoffe, meins ist mit dabei, weil dann wäre das schon mal awesome. Mixt-Volume-2. Ja, ansonsten gab es DC Rebirth-Comic als Gratis-Beigabe. Die Brausefrüchte als Gratis-Beigabe. Und ein, ja, Bioshock. Hab fast schon sowas irgendwann vermutet. Genau, A Man Chooses a Slave Obeys. Ha, hab ich ja auch schon mal so ein Obey-T-Shirt auf jeden Fall gehabt. Ähm, das Problem ist noch, Bioshock hab ich schändlicherweise noch gar nicht gespielt. Ähm, aber farblich gefällt mir das ja schon mal. Also, sind jetzt T-Shirts, da kann ich wenig mit anfangen jetzt von Serien. Aber, ich finde sie schick auf jeden Fall. Ja, was haben wir denn noch hier? Neu, Prämien-Looten. Empfehle deinen Freunden die Loot-Shirt und Sahne niedrige, äh, nicht niedrige, nördige. Oh, ich hab's heute echt mit dem Lesen, oder? Äh, geil. Okay, ich kann hier, oh, das werd ich machen. Ich kann hier Prämien einsacken. Und, äh, ich glaub, ich werd dann, falls das mit nem Link oder sowas funktioniert, werd ich einfach mal den Link in meiner Beschreibung die Tage abenden, damit ich womöglich, falls ihr euch auch die Loot-Shirt holt durch meine Videos, wäre schön, wenn ich euch dafür überzeugen könnte. Das wäre richtig toll, wenn ich euch da mitgewinnen könnte. So. Also, es gab wirklich nur Gryffindor, weil hier wird Werbung gemacht von Poster Lounge für die anderen drei Häuser. Oh, 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 ach, das ist immer so komisch, äh, weil die Kamera so ersetzt ist, wenn man links und rechts macht. Ähm. Ja, da gibt's noch drei weitere Häuser. Also, waren alle nur mit Gryffindor heute beschenkt worden. Und, ja, that's it. Das ist ja schon mal schön hier. Also gut, die Loot-Chest. Wie fand ich die? Ich fand die Loot-Chest richtig stark, weil wir haben, ähm, Gryffindor, also Harry Potter, finde ich sowieso gut. Ich habe zwar nicht die Harry Potter Ultimate geholt, weil ich nicht das nötige Kleingeld dafür hatte, aber ich finde es richtig toll, mal was von Harry Potter drin zu haben. Ich sollte sprechen, wenn ich beim Mikrofon bin. Wir hatten gleich zwei T-Shirts mit dabei gehabt, mit denen ich zwar jetzt serientechnisch nichts anfangen kann, aber, ähm, ich finde es geil, dass da zwei T-Shirts sind und auch noch farblich in einem Spektrum von schwarz bis schwarz, was ich sehr gerne mag. Hier schon mal so ein Goodie, um auf Guardians of the Galaxy einzustimmen, ist auch richtig geil. Und wir haben die World of Warcraft-Figuren. Also, diesmal war für mich jetzt echt nichts dabei, wo ich gesagt habe, ah, scheiße, hätte ich nicht gebraucht. Kein doofes Puzzle oder so, sondern einfach eine rundum gelungene und auch sehr bunt gemischte Loot-Chest. Nichts, dass ich nicht mit allem was anfangen kann, ist was anderes, aber die Auswahl, die fand ich diesmal extrem gut. Ich würde damit auch sagen, dass das so mit eines der besten Loot-Chests ist, abgesehen davon, dass ich kein Thema hatte, wo ich mich jetzt megamäßig jetzt drüber gefreut hätte, dass jetzt, oh, geil, das wollte ich schon immer haben. Aber, wobei, was wie Gryffindor ist schon eigentlich mit bei gewesen. Also, geile Mischung gefiel mir sehr. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr die Loot-Chest wollt, die kostet euch von, äh, ab 20 Euro aufwärts geht das. Je nachdem, wie viele Monate ihr bestellt und ob ihr mit Plus-Item bestellt, dann habt ihr eine Sache mehr. Ein T-Shirt war ja das Plus-Item. Oder nee, nicht das T-Shirt, sondern da war als Plus-Item. Was war das Plus-Item? War das das T-Shirt? Ach, war doch ein T-Shirt, genau. Das Bioshock-T-Shirt, das war das Plus-Item. Okay, wie gesagt, könnt ihr selbst bestellen. Link ist da drin, zwar vermutlich noch der alte, wenn das Video online geht, aber irgendwann auch der neue, wo ihr mich denn vermutlich unterstützen könnt mit Prämien. Also, schön bestellen, es macht einfach Spaß und ich habe mich sehr über das Osterei gefreut. Und hoffe, ihr seid auch nächsten Monat dabei, wenn es wieder heißt, Lootzeit hier auf Dattelzeit. Ciao, ciao und frohe Ostern!